Herzlich Willkommen bei Inside Köln. Heute besuchen wir das Edith-Stein-Denkmal am Börsenplatz. Von Bert Gerdesheim geschaffen, heißt das Kunstwerk eigentlich Gruppenbild einer Heiligen. Als es 1999 aufgestellt wurde, gab es einigen Ärger darum, aber der damalige Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner wollte es unbedingt haben und so steht es faktisch nicht auf einem öffentlichen Platz, sondern auf dem Gelände des Erzbistums Köln. Das Denkmal besteht aus vier Teilen. Drei lebensgroße Figuren, die von rechts nach links zu betrachten sind, wie auch einem davor liegenden Weg. Das Denkmal ist also auch von hinten nach vorne zu sehen. Die erste Figur ist eine sitzende Frau mit einem Davidsstern. Es zeigt die Herkunft Edith Stein, eine Jüdin aus Breslau. Auch wenn sie sich zeitweise als Atheistin sah, sie hat sich immer als dem jüdischen Volk zugehörig betrachtet. Die zweite Figur befindet sich in der Mitte. Es zeigt die Philosophin Edith Stein, die Frau, die auf der Suche ist und die auch zeitweise zutiefst in sich gespalten war. Sie hält Bücher in der Hand. Sie verweisen darauf, dass sie immer wieder auch Werke verfasst hat, selbst als sie im Kloster war, zu dieser Zeit jedoch christliche Philosophie betrieb. Die dritte Figur zeigt die Ordensfrau, die Karmelitin. Sie hat zwar noch nicht alle Antworten auf ihre Fragen gefunden, aber sie weiß, in welche Richtung sie gehen muss. Sie weiß, Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist ihr Heiland, der, der sie erlöst. Er ist der Schlüssel zu all ihren Fragen. Die Ordensfrau betritt den Weg in das KZ. Sie ist nicht alleine. Gemeinsam mit ihr auf dem Weg ist ihre leibliche Schwester Rosa und zahlreiche andere Juden, die wir an den Fußspuren mit ihren KZ-Nummern auf dem Weg erkennen können. Dieser Weg, er ist gleichzeitig der Passionsweg Jesu. In der Mitte des Weges wechseln die Fußspuren. Sie führen auf einmal in die andere Richtung, was darauf hinweist, Jesus Christus kommt ihr entgegen. Am Ende des Weges findet sich der große Stapel von Schuhen, den die Alliierten bei der Befreiung des KZs gefunden haben. Gehalten werden diese Schuhe durch die Tafeln der Zehn Gebote. Ein Hinweis darauf, die Gebote Gottes sind vollkommen gebrochen worden.